Okay, you're not going to get COVID if you have these vaccinations. Und eben hat uns diese Nachricht aus Washington erreicht. US-Präsident Joe Biden hat sich mit dem Coronavirus infiziert. You're not going to get COVID if you have these vaccinations. US-Präsident Joe Biden ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe sich ein weiteres Mal in Isolation begeben. Wieder und wieder. Wieder und wieder. Bis zum nächsten Mal.